so hallo ihr lieben jetzt ist dann schon mal der patriarke und so weiter und so fort was jetzt gleich kommt ist glaube ich wieder ansatzweise geht es auch wieder um dreiecke glaube ich was ich zu dem zeit und zu dem punkt noch mal sagen wollte ich versuche schon so eine bunte mischung zu machen an mails und fehle so ein bisschen aus weil ich viele mails ja auch umsonst beantwort aber es gibt auch die möglichkeit bezahlte antwort zu buchen per mail oder auch als video und das ist ja der fall und dann wird es natürlich auf jeden fall gemacht das ist natürlich klare sache da könnt ihr euch aussuchen und das wollte ich noch mal gesagt haben das kann man dann im prozess dann auch ankreuzen oder beziehungsweise buchen so also an dem titel des videos wird ja dann sehen worum es genau geht lieber christian ich bin seit geraumer zeit ein treuer zuschauer deiner videos also in der zuschauerin und dank für deine arbeit meine situation ist folgende ich war 16 jahren einer festen beziehung davon die hälfte verheiratet inzwischen ein paar geschieden ich bin anfang 40 mittlerweile aus der langen beziehung habe ich einige kinder alleinerziehend da der vater mit seiner neuen lebensgefährtin weit weggezogen ist und keinen umgang mit den kindern wünscht okay ich bin beruflich in leitender position und habe als alleinerziehende wenig zeit dennoch ein stabile freundeskreis und gelte als taff und unabhängig kurz vor meiner trennung lernte ich einen mann kennen und verliebte mich es war mir klar dass ich ihn nicht monatelang betrügen kann um rauszufinden ob die neue beziehung tragfähig ist ich war in meiner ehe schon lange unglücklich ich überließe meinem ex mal das gemeinsame haus und versuchte die neue beziehung zu stabilisieren ja jetzt immer die frage mit drei also jetzt wissen natürlich nicht wie lange der überschnitt ist also was natürlich schon mal also es gibt natürlich manchmal zwischen beziehungen hoffentlich kurze übergänge das ist vielleicht auch nicht so ganz unnormal da muss man jetzt nicht wenn man jetzt jemanden kennenlernen und verknallt sich in denen und trennt sich dann schnell das ist für mich jetzt auch nicht unbedingt ein dreieck so ne also das kommt halt vor so ne und habe jetzt auch mal so verstanden dass du das nicht als drei gestaltet hast so okay gucken wir mal weiter er stellt sich heraus dass mein neuer partner kein interesse an einem gemeinsamen familienleben mit mir und den anderen kindern hatte ja auch schon dein alter ne also könnten wir auch wieder gucken ob das eventuell vielleicht sind die männer einfach so schlecht oder es ist auch ein liebeschiff thema vielleicht also ein beuteschema thema er sagt er sei so glücklich mit mir und habe endlich gefunden was er lange suchte ja aber seine kinder gehören ja auch zu dir ich war seine ratgeberin und er träumte von einer gemeinsamen zukunft an den wochenenden urlauben war ich jedoch allein mit den kindern ich stellte kaum ansprüche aus stolz zu niedlich zu wirken ja das klingt so ein bisschen so wie so häufig auf diesem kanal du im pluspol die männer im minuspol du machst zu viel die männer zu wenig da muss man da wieder ansetzen mit eigentlich wie gesagt ich empfehle immer modul eins erstmal zu machen dass man erstmal so einen startpunkt hat mehr in die selbstliebe gehen selber ein bisschen egoistisch werden deine ansprüche klar ziehen sich nicht abspeisen lassen standards wichtiger als der partner das wäre dann so der wirklich ne er integrierte mich in seine familie und gab mir das gefühl das ernst zu meinen dennoch war mein bauchgefühl von anfang an alarmiert bauchgefühl ist immer sehr gut drauf zu hören ich fand eine menge relikte seiner ex freundin in seiner wohnung also gut aber bis hierhin ich meine bist integriert in seine familie könnte man jetzt auch fragen so ein bisschen seid ihr so richtig kompatibel oder sich überhaupt nicht für deine kinder interessiert aber ansonsten das ist natürlich schon eine krasse sache aber ansonsten ja gut relikte der ex freundin ja ich weiß jetzt nicht wie viel ob er da ein altar hat oder so aber ja er mochte es nicht wenn ich eigenständig entscheidungen für mich und meine kinder traf er setzte mich oft herab ich sei egoistisch und stur und dabei versuche ich unsere beziehung als eine art inselbeziehung zu handhaben ja du versuchst ihm das alles recht zu machen das ist ja was wir ganz oft sehen in e mails hier versuchst ihm alles recht zu machen er macht sein ding und ist nicht groß kompromissbereit und mal also sorry also du brauchst auf jeden fall einen freund der akzeptiert dass du kinder hast da muss ja nicht ganze zeit um die rum sein aber wenn du dich meine kinder kümmerst und und er dann sauer ist also das geht ja gar nicht er wollte nicht mal meine blumen gießen als ich eine woche verreist war ja das sind so sachen muss ich ganz ehrlich sagen also das wäre für mich auch zum beispiel kein freund oder keine freundin die meine blumen nicht gießen würde wenn ich sagen würde das ist jetzt meine beste freundin und so und die gießt meine blumen nicht wenn ich im urlaub bin nämlich ich denke sorry also wirklich ja okay das ist ein bisschen grob also ich denke entspricht nicht meinen standards und dann muss man sich ja nicht gleich jetzt abschießen aber dann ja dann haben wir eben weiß ich nicht eine ganz distanzierte beziehung fertig und das gilt dafür partner auch immer ganz ehrlich du bist zusammen und du fährst mal urlaub und dann wird wenn wie ist dein was ich nicht mit seinem partner so egoistisch dass du deine blumen nicht gießt was willst du damit ich weiß ich weiß es nicht was man damit will aber gut da frage ich immer was ist denn das positive die weiß ich nicht fünf minuten sex die man dann im monat hat irgendwie also wo ist das positive ne er warf mir vor ich hätte zu wenig zeit und würde mich nicht genug melden ja du hast mehrere kinder und wie gesagt vielleicht seid ihr einfach nicht kompatibel aber wie gesagt du meldest dich nicht genug aber er gießt nicht mal deine blumen das passt einfach nicht zusammen schließlich stellte ich sich letzten sommer heraus dass er von von beginn unserer beziehung an eine zweitbeziehung hatte oh das habe ich jetzt auch nicht kommen sehen okay eine frau die ihm anscheinend immer zur verfügung stand da langzeit krankgeschrieben und er sagte mit sehr labilem charakter ja das spielt ja alles keine rolle das ist natürlich fucking asozial sorry muss ich einfach sagen was denken die leute aber gut wir können uns jetzt unendlich über den aufregen ich weiß nicht wie du weiß nicht wie jetzt das bauchgefühl vielleicht aber trotzdem du solltest echt an einen beutelschimmer gehen auf jeden fall und ja vielleicht nicht so bad guys daten und vielleicht solltest du mehr wert legen auf loyalität und allgemein nettigkeit wird ja immer ich denke viele frauen haben schwierigkeiten hier klar es wird auch schwer zu finden aber nette männer zu daten also so aber männer hier aber auch so es finden immer die bad guys die femme fatals gedatet und wie gesagt ich kann es verstehen das ist irgendwo interessant und vielleicht war mami und papi schon so nur irgendwann muss man sich davon mal lösen muss sagen es tut mir nicht gut ich werde immer wieder verarscht und ich bin immer wieder die nette du ja auch du bist die nette versuchst möglich zu machen du bist aber von a bis z verarscht und da muss man das ist wirklich der aufruf vom universum also ihr könnt jetzt ewig auf dem anderen rumhacken das wird nichts bringen aufruf vom universum einfach mehr an sich zu denken mehr an sich denken egoistischer sei nicht auf so eine art aber sich also sagen wir mal mehr selbstliebe sich selbst viel wichtiger nehmen knallerte standards das ist der aufruf vom universum an dich ne er meinte er hätte ihr nie sagen können dass er eine beziehung mit mir habe dass da sie das ihrer psychischen gesundheit nicht gut tun würde also das ist so fucking egoistisch er sagt jetzt ich war das muss mir erst mal bringen so was zu sagen irgendwie also aber was ist mit dir macht das spielt gar keine rolle so ne das ist das ist das ist wirklich so eine krasse begründung er sorry ich konnte meine ex-beziehung nicht aufgeben weil die so ein bisschen labil sind und das so verstehen dass ich die weiter pimpern muss neben dir so einfach aus verantwortung aus verantwortlichkeit und und du machst jetzt noch ärger wie kannst du nur ich kümmere mich um mental health in der welt irgendwie so qua meiner sexualität und du verstehst das nicht das ist schon nicht das ist nicht krass das ist echt richtig krasse okay ich war so im schmerzen letzten sommer ging auf nullkontakt absolut schließlich erreicht nämlich mehrere e mails im spam ordner was ist das für ein nullkontakt wo ihr in euren spam ordner guckt wieso guckst du überhaupt einen spam ordner rein wenn du auf nullkontakt bist ich verstehe das immer das ist wie man sich selbst verarscht ne ja ich habe ihn ja geblockt und dann muss man nicht mal wieder gucken was mit dem ordner ist es sei denn du musst da sowieso reingucken aus irgendwelchen gründen dann solltest du eine e mail regel erstellen dass diese e mails direkt gelöscht werden und gar nicht im spam ordner kommt da kann man ja mails einstellen in seinem e mail programm das ist so die punkt wo man sich immer wieder ein bisschen verarscht so ne also total verständlich ich kenne also ich persönlich kenne das alles aber ich glaube ich habe immer noch ich habe die in irgendeinen ordner geschickt habe ich nie wieder reingeguckt was kann ich überhaupt noch gibt und ja ist auch nicht mal im spam gelandet bei mir weil er guckt man doch rein und liest da den scheiß ist dann gerade voll im liebeskummer und dann naja traf ich mit ihm für ein klärendes gespräch ich leute ich kann euch noch warnen vor klärenden gesprächen gut das scheint ja jetzt außer dass er fucking illoyal ist verträglicher zeitgenosse zu sein aber naja gut ich kann es passiert halt mein gott ist ja auch hört sich erstmal so normal an verständlich und jedoch einfach nur für den einmal am ende war ich schuld für seinen betrug ja das hat sich ja schon abgezeichnet hier war vielleicht musst du es einfach noch mal hören seitdem möchte er mich zu einem neustart überreden ich sag ja das ist das gleiche wie wenn du mit jemandem essen gehst und der haut dir mitten im essen nimmt da seine suppe kippt dir über den kopf schmeißt dir den pudding ins gesicht kotzt auf deinen deinen braten und dann kommt dann woche später und sagt gehen wir wieder essen so das ist eigentlich das auf welcher basis und weiterhin muss da doch diese labilen frauen oder die eine labile frau muss sich doch darum kümmern das wird alles also ich verstehe den punkt du bist da jetzt im schmerz liebeskummer liebessüchtig macht die fucking kurse und was weiß ich aber auf welcher basis soll man dann neustart machen also sie sieht es doch noch nicht mal ein das wird genauso weiter gehen und immer schlimmer werden wie immer in diesen toxischen letztlich ist es ja jetzt auch eine toxische beziehung aber ich weiß dass ich darauf zahlen würde gut okay dennoch hänge ich emotional an ihm ja das passiert wenn wir länger mit menschen zusammen sind und mit dem bettsport haben dann entwickelt sich eine bindung also man kann auch zu menschen eine bindung haben die die sehr schlecht für ein sind das wissen wir alle hier und das ist so da die bindung fragt da leider nicht nach und vor allen dingen so gibt ja auch hier jetzt auch ein video von mir wie heißt das stockholm syndrom ne man kann auch bindungen zu seinen geiselnehmern haben und was weiß ich ne gerade zu denen und aber ja das ist verständlich aber das wird es lässt sich lösen mach modul 0 ich verliebte mich in ein falsches bild er stellte nicht mal klar dass er den kontakt zu dieser anderen frau gänzlich abgebrochen hat ja das wundert mich jetzt gar nicht er gab auch zu auf verschiedenen online auch leute und online dating plattform unterwegs gewesen zu sein weil er die beschädigung brauche ja guten weg gute reise hier ist ein koffer gar nicht in so eine wut gehen einfach nur sagen okay also also emotional also sozial oder wie auch immer das ist vielleicht vielleicht ist das wirklich diese wörter nicht so hart also keine standards illoyaler mensch lügner hier ist ein koffer und tschüss und gar nicht ich würde auch nicht zu sehr in so eine wut gehen weil weiß nicht vielleicht muss das mal irgendwann mal im leben in eine position wo man selber so einen scheiß baut und merkt es irgendwie nicht so richtig und da muss man auch mit klarkommen deswegen einfach nur sagen ja okay dieser mensch ist an dem punkt der scheinbar nicht sehr bewusst verhält sich dann aufgrund dieser basis sehr fragwürdig und möchte einfach nichts mehr zu tun haben fertig so würde ich das angehen so das ist das mindset so kann es sein dass es menschen gibt in einem partner niemals genug ist ja das ist halt diese sehr minuspoligen egoistischen menschen aber die haben natürlich auch müssen wir jetzt nicht alles aufdrütteln gehen wir natürlich auch eine geschichte und ja vielleicht auch schlechte kindheit gehabt und was weiß ich und dann kommt man vielleicht dazu und wie gesagt das ist auch für mich ist auch oft unbewusstheit ist für mich oft nicht so boshaft das denke vieles immer so boshaft ist für mich ist es unbewusst aber musste ich ja nicht mit ähm weiß nicht vielleicht ist es auch bewusst wo ich weiß es nicht ich kenne menschen nicht ist schon krass wieder hier aber würde ich mich gar nicht mit auseinandersetzen warum und wieso er das macht sondern alles klar es entspricht nicht meinen standards und ja das gibt es und die meinen viele menschen die so sind sehen auch gar kein problem damit weil sie meinen das steht ihnen irgendwie zu und die wirklich also kann sein dass er wirklich denkt er macht eigentlich nichts schlimmes und dass er wirklich nicht versteht wo dein problem ist das ist durchaus möglich aber spielt alles keine rolle deswegen haben wir ja dieses system von china zum deal breakern modul 1 damit man sich nicht mehr überlegen muss warum jemand das macht sondern du einfach aufgrund des verhaltens eines anderen menschen seine schlüsse ziehst gar nicht in so eine emotionalität reingehst und ja weg ist dann in diesem falle die nur ansprüche stellen und nicht wissen was was sie ihren partner mit ihrem betrug antun ja absolut vor allem wenn er wirklich vielleicht so eine emotional instabile frau noch hat wie wäre das denn für die wenn die feststellt der andere also das ist es ist einfach aber menschen sind so ich weiß gar nicht was ich dazu sagen soll man kann sich nur selbst selber entscheiden sich aus diesem toxischen brunnen wie ich immer sage auszusteigen und zu sagen macht ihr immer euer ding weiter ich bin ja raus und zu sagen okay ich gehe nicht mehr auf so ein dopamin kram hier ein und muss nicht mehr beweisen dass ich gut genug bin und macht einfach nicht mehr mit und die schmerzen die da erstmal hochkommen dass ich jetzt vielleicht wieder single bin die krieg schon gewuppt und da programmier ich mal mein liebeschiff so langsam um und dann gucken wir mal wie es weitergeht und das ist das ist alles eine reise und du hast jetzt eine weitere etappe deiner reise absolviert bis hier gelandet alles gut sei nicht sei nicht sauer auf dich irgendwie und nur wirklich gibt da keine energie mehr rein die sich als gute menschen und bezeichnen und ständig geheimnis ja das gibt es und sehr sehr viel und ich kann ich persönlich kann ich nur sagen wenn mir ein mensch begegnet er sagt er ist ein guter mensch und er ist 100 prozent empathisch das red flag rising sage ich nur nicht dass es nicht stimmen könnte nur da sind bei mir alle fucking alarmglocken an wenn ich sowas höre gerade die menschen die wirklich schlimme sachen machen sehen sich selber als gute menschen ja das das deswegen habe ich eben auch gesagt das ist häufig unbewusstheit und nicht intentionale bosheit so und das nicht so intentional das denkt er wahrscheinlich wirklich ne und aber wie gesagt bevor man zu sehr auf anderen rumhackt jetzt nicht trifft jetzt nicht dich aber so ganz allgemein vielleicht hat man selber auch blinde flecken die man nicht sieht also man sollte immer wieder vorsichtig sein bevor man man sollte auch gar nicht so viel bei anderen menschen urteilen sondern nur für sich beurteilen das tut mir nicht gut weil jeder steht an seinem weg und ja seid jetzt ein stück gemeinsam gegangen das müssen dann arschengel gewesen hier auch bringt dich vielleicht total in deine kraft jetzt dann hat es was gutes gehabt deswegen beurteilt bitte nicht andere menschen auch wenn ich jetzt so sage ich finde das verhalten irgendwie nicht sozial oder asozial das verhalten ist ja auch ist ja auch so ne aber ich ich persönlich möchte eigentlich menschen nicht mehr beurteilen oder verurteilen es ist wie es ist so und du triffst eine entscheidung ob du mit den zeit verbringen willst oder nicht und die sind dann am ganz anderen punkt vielleicht können wir gut vorstellen dass er einfach unbewusst ist und sieht das nicht und ja und dann er bricht ja kein gesetz dann ist das eben die art die erlebt hast du jetzt rausgekriegt und dann gehst du eben fertig aber wie gesagt für mich ist wenn menschen sagen sie sind gut menschen also ich würde das über mich nicht rausbringen weil ich meine schatten seite lebt und und weiß ich will das auch gar nicht sein ich aber gut ich muss nicht über mich reden jetzt aber es geht darum mehr bewusstheit zu generieren und wenn mir menschen gegenüber kommen habe ich auch heute jemand gelesen hat sich jemand selbst beschrieben hat gesagt ja ich sehe 80 prozent gut aus und bin 100 prozent empathisch also wenn jemand sagt 100 prozent empathisch fucking red flag für mich aber oder zumindest muss jetzt nichts heißen aber alarm signal rot weil ich glaube die menschen die wirklich sehr empathisch sind und sehr zurückhaltend und auch mal ein bisschen demütig sein können in a good way die tragen das nicht so vor sich her ich bin größter empath der welt so ich danke für deine ansicht und von herzen alles gut für dich auch von herzen alles gute für dich und ich wünsche auch von herzen alles gute für deinen partner und dir sollte denke ich getrennte wege gehen in diesem sinne wir sehen uns bald wieder schau ihr lieben Vielen Dank.